Ja gut, wir haben den 07.07.2024 und was hat sich dieses Wochenende getan? Eine ganze Menge. Wir fangen einmal an mit dem Berglauf an sich. Dort haben wir mit dem Glockner Mountain Run einen Weltcuplauf hinter uns. Gestern war King of Heiligenblut. Da haben sich wirklich die On-Athleten vom Run-Together-Team durchgesetzt. Es war dann mit dem Lukas Erdle auf Platz 4 ein Deutscher unterwegs, der wirklich flott auf der Straße ist. Und er ist auch heute beim Mountain Run der Erste gewesen, der das Ganze geschafft hat aus nicht-Kenianer Sicht. Also wir haben dreimal Run-Together, dann jemand von Nanoni und dann der Lukas Erdle vorm Philemon Abraham. Also auf der Herrenseite Kenia vor Deutschland und auf der Damenseite ganz vorne keine Dame aus Kenia, sondern die Nina Engelhardt. Also die ist momentan am Berg bei der Bergauf-Etappe unpackbar schnell und hat das Ganze nach Hause gelaufen. Die Scout Atkin, die bei der EM auch sehr gut war, ist auf Platz 4 noch eingelaufen, vor der Joyce Nieru, die nämlich neulich gewonnen hat in Amerika noch. Also man muss sagen, da sind die deutschen Damen wirklich, wirklich gut unterwegs. Auch der Lukas Erdle von den jungen Deutschen. Also top, top. Dann haben wir noch gehabt, dieses Wochenende, den Traunzei-Bergmarathon immer eine Reise wert. 63 Kilometer, 4500 Höhenmeter und wenn du fahren, mitspielen willst, sieben Stunden und ein bisschen. Bei den Männern und den Damen wirklich gute Leistungen. Da sieht man da, Markus Lemp hat allerdings einen abgerissen und war fast eine Stunde vor dem zweiten. Also da ist ein bisschen Platz noch fürs Stockerl. Dann haben wir den Sauwald-Trail gehabt. Markus Mingo hat sich den gesichert. Hat da auch ein gutes Schäuferl dazwischen gelegt zwischen ihm und den anderen. Und da muss man sagen, auch eine Reise wert. Beiden Damen, eine Österreicherin, Evelyn Lachner, gewonnen von Nana Buhl. Und Katrin Maurer, Sauwald-Trail, kann man sich auch anschauen. Und dann hatten wir noch einen Lauf, der nicht stattgefunden hat. Nämlich die Golden Trail National Series und den Lauf rundherum. Der Zermatt-Marathon wurde leider abgesagt, weil einfach das Wetter der letzten Wochen es nicht hergeben hat. Wie es bei der UTMB-Serie ausschaut, gibt es dann im zweiten Video. Ja, und dann hat es auf der UTMB-Seite des Trails drei Läufe gleichzeitig gegeben. Denn es war der Trail via San Bernard in der Schweiz. Da haben wir ein sehr durchwachsenes Renngefühl. Nämlich, es wurde alle zusammengezogen auf einen Tag, weil es vorher noch ein schwere Unwetter gegeben hat. Gleich wie bei Golden Trail, da haben sie es ganz abgesagt. Hier haben sie den ganz langen abgesagt, dafür einen Ersatzlauf mit 17 Kilometer gemacht. Da gibt es dann auch irgendwie Refund-Geschichten. Da muss man schauen. Beim 100-Kilometer-Lauf, den haben sie gekürzt auf 60 Kilometer. Kein Refund, auch Running Zone weniger. Aber es reicht dann doch für die Finals zur Qualifikation. Die kurzen haben sie jetzt ganz normal durchgezogen. Grundsätzlich kann man sagen, sicher ganz okay besetzt. Aber so internationale Größen sind da eher Mangelware. Bei Valderan in den Pyrenäen hatten wir auch sehr schlechtes Wetter. Deswegen haben sie die lange Distanz eben auch gecancelt. Da schaue ich jetzt nur rein auf das Männerergebnis der 100k, weil das ist das hochkarätig besetzte Rennen. Da muss man sagen, Luke Grenfell schon hat gewonnen. Vierter zum Beispiel Sebastian Grogwig. Sechster Ryan Sands. Also da sind schon gute Zeiten gelaufen worden. Da ist wirklich was abgegangen. Aber die Dichte ist auch hier überschaubar. Der Restonica Trail war zum Teil sehr gut besetzt. Zum Teil so semi. Wir haben aber auf alle Fälle aus deutscher Sicht. Miriam Meinheit hat den ganz langen gewonnen mit 107 Kilometer, 7000 Höhenmetern. Die Esther Feldhofer hat es leider ausgeschieden, nachdem sie an diesem Tag ein bisschen einen Kniefalltag gehabt hat. Und irgendwie sie ein paar Mal eingebaut hat, sogar schon vor dem Start. Dann haben wir auf der 50er Distanz. Die muss man da sicher hervorheben, weil da geht es halt richtig zur Sache. Gewonnen hat der Remy Bonet. Die Blondie Lerondel ist gesamt vierte geworden. Wir haben auch Sarah Alonso am Start gehabt. Also da muss ich sagen, da waren schon Leute am Start, die schon wirklich zügig laufen können. Und die, wenn sie jetzt da wieder auf die Gold Drell World Series umschwenken, dort ja auch ganz vorne zu finden sind. Das heißt, Restonica, Corsica, was man so hört, wirklich, wirklich schön. Aber sicher nicht einfach. Kann man sich aber anschauen. Und freut mich, dass das jetzt da auch in den Wettkampfkalender Einzug gehalten hat. Ja, das war das Wochenende. Bis zum nächsten Wochenend. Grüß euch. Grüß euch. Grüß. Grüß euch.